So, habt ihr ein bisschen hier Schuhe oder sowas? Jo, Fokker Chill ist da drin. Äh, hier nicht, aber Stimberries. Hier sind Steinfeine drin. Oh, ich dachte, die bewegt sich, aber ich hab den Körper nur gezogen. Kann doch sein, dass man da springen muss. Weiß nicht. Ist möglich. Aber wir gehen jetzt zum Glück rechts lang. Ja, wir haben uns auf rechts geeinigt. Also wir könnten ja springen, aber wir möchten ja gar nicht. Genau. Da hinten leuchtet es aber total grün, ne? Ja, aber wir wollten immer rechts lang gehen. Ja, das sieht da... Fehlermäuse raus. Fehlermäuse. Sekunde. Seht ihr die weiße? Komm. Okay. Eine ist hin. Eine hin, eine im Sinn. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Lauf weg. Ich versuch's ja. Wir laufen hinterher. Ja, du lauf einfach mal weg. Oh, ich versuch's gar nix mehr an. Echt? Nein, doch, den Helm. Den Helm, den Helm noch. Aber ich bin noch halb am Leben. Die Richtung ist auch eine. Sollen wir die auch mal eben umlegen? Ich hab's dir uns gleich in den Rücken fällt. Jep. Nicht zu nahe ran. Ich seh keine. Oh, jetzt sehe ich eine. Warte. Moment. Nein, ich bin bereit. Okay, dann auch mal was. Eins, zwei, eins. Ich schieß schon mal. Da kommt noch einer, oder? Ja, da kommt noch welche. Da kommt Viecher. Ah, ne, die essen die nur. Ja, ich würd auch vorstellen, wir erschießen die. Weil die könnten Sachen dabei haben. Das war ja auch mein Hauptziel. Da ist immer noch was. Juna braucht neue Kleidung. Das ist die Juna LP, neue Kleidung. Noch eine. So, bitte sehr. Es ist angerichtet. Juhu. Ziehen, 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 nix. Ja. Das ist echt schade. Skorpion. Was? Wo? Wo bist du? Ach da. Ach ja, wir wollten ja mal rechts. Stimmt. Voll stimmt. Oh, die haben ein Herzen. Jetzt nicht mehr. Wohl wahr. Inventar. Von die anderen kamen wir nicht. Oh. Ja, du warst nichts mitgebracht. Links sind Fledermäuse, aber wir gehen ja nicht mehr links. Da kommt aber noch ein Skorpion von links. Was? Was? Oh. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich möchte mein Gewehrsbald im Arsch. Ja. Und hier müsste man, glaube ich, springen. Oh, fuck. Das sieht aber auch nicht... Nee. So weit springe ich nicht. Ich mach das. Vorsicht. Ja, dann guck mal, da... Wie komme ich jetzt wieder zurück? Spring. Aber ich glaube nämlich, das sieht nicht aus, als wenn es da weitergeht. Okay, das geht. Ja, aber kommt man da weiter? Hast du geguckt? Ja, das ist aber alles von Fledermäuse. Also so bestimmt sechs Stück. Und halt Skorpion. Da könnte man weiterkommen, oder? Das sind die Fledermäuse übrigens, da recht. Ah, okay, lassen wir uns mal ein Stück zurückgehen. Die? Bom. Okay. Weg! Oh, ja, ja, ich geh drauf. Ja. Das sind ganz schön viele. Denk dran zu laufen. Ach, du heuliger Bim-Bum. Oh, die fallen noch nicht um, ne? Nein! Oh, und ich bin auch durch. Ah! Ich hab's mir gerade nicht vorerst gar nicht versuchen, reinzukommen. Oh, nein! Ich muss über die Brücke. Vergiss es, du stirbst. Ich kann im Bett nicht respawn. Wir haben noch zwei Betten da. Ja, ich kann aber trotzdem nicht respawn. Ah, jetzt beginnen bei Bett. Ah, ich bin auch ein Kristall. Ne, die sind noch blockiert, glaube ich. Dürfte aber nur eins. Oder? Ne, du stehst gerade auf. Okay. So sieht das aus. So, so. Weil's grau war. Hat mich irritiert. Das hat jetzt fünf Minuten cooldown, das andere nicht. Interessant. Okay, also ich würd sagen, ohne dass wir Methil pauschen, sonst weiß ich nicht was alles, nochmal wiederkommen, hat das keinen Sinn. Ja. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt hier die Fliege machen. Weil's auch zehn nach zehn ist. Ja, das ist außerdem. Die Frage ist, können wir noch mal rein, um die Klamotten rauszuholen, oder lassen wir das? Nö, lassen wir. Aber mein Johnny ist auch da noch drin. Oh. Johnny! Dann nehmt euch die Ersatzgewehren und dann geht's los. Ich hab 50 Schuss. Ja, ich, mein Ersatzgeweh hatte ich dabei, weil das andere ja schon fast im Arsch war. Guck mal, in Jack oder so. In Jack müsste das aber das sein hier. Oder Raven? Ich glaub in Jack. Da müsste dann genug hier drin sein. Dann nehm ihr mal die... Wo ist denn hier? Das Schottkann da. Die wollte ich gerade nehmen. Wo steht's denn? Ach so, ist sonst keiner? Ist doch da unten. Ist ne Flinte. In der Mitte unten. So, ja ich dachte, die schaut gerne, aber ist egal. Einfache Gewehrkugeln, jede Menge so wie du tragen kannst und dann geht's hier wieder rein. In die Hölle. Mir hat's echt in sich, ne? Hast du Licht? Ne. Wozu auch? Ja, ich hab hier nix. Ich hab hier... Kann ich mir nicht leisten. Äh... Hä? Hä? Wie geht's auch da? Oh... Gott, oh Gott, oh Gott. Johnny, wir kommen! Gut, dass noch kein Respawn ist. Ja, toll, drück Eiswürfel. Dann kann ich auch weiterlaufen. Ja. Okay, wie sieht's aus mit den Fledermäusen? Wie, ja, hast du das geregelt? Was hast du gemacht? Gar nix. Bin mir von weggerannt. Irgendwie da auch da drauf gegangen. Vor allem, die sind auch so schnell. Wir müssen die irgendwie in der Ecke oder so festbacken oder so. Ja, ich glaub, sind da irgendwo jetzt auch. Rechts jetzt. Ja, ich glaub, ich höre sie. Ja, da rechts sind so süße. Da hängt eine im Felsen drin. Können wir die so treffen? Ja. Ja, da kommt die andere. Noch nicht. Die fiel irgendwie weg. Ist das gekriegt oder was? Ist mir egal. Ja, nur ne gute Fledermaus. Ist ne gute Fledermaus. Ja, wie viele waren's noch? Pass auf, da kommt jetzt wieder eine. Wo? Ne rote, die kommt direkt auf euch zu links. Ja, danke. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen gehabt. Wir haben über der Lara Quelle zu Ort. Gut, wie sieht's noch aus? Noch mehr? Das sieht aus wie mein Stempel. Okay, wo bin ich gestorben? Etwas weiter da hinten. Hier irgendwo müsste es so liegen. Irgendwo hier, ne? Weiter hier? Hier liegt deine Leiche, ja. Hier ist sogar noch die Leiche da. Da bin ich nur in den Rucksack. Ah, super. Hast du deinen Johnny? Nee, ne? Doch, ist auf meiner Schulter. Sollte exakt sein. Oh. Ich seh keinen. Da ist einer. Ach du Schlauze, jetzt hab ich schon Fehler im Spiel. Nee, ich seh keinen. Gar nicht gut. Wir sollen nichts mehr zu sehen, ne? Dahint muss man ganz viel hüpfen. Da ist Skorpion. Los. Sag doch, dass du die machen willst. Noch ein Dilo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich seh gar nicht. Okay, da kommen noch ein Skorpion auch noch. Oh, ihr kommt schon. Geht's die Fledermaus? Echt, ich hab die Wüste dahin getroffen? Boah, harschal. Irgend dieser scheiß Umkreiserei, ne? Da triffst du hier überhaupt nicht mehr. Ei, Ei. Kilo? Skorpion, Ei. Was? Kilo, Ei? Äh, Skorpion. Oh. Oh, krass. Ja, man muss auf jeden Fall früher oder später hüpfen. Das wissen wir jetzt immerhin schon mal. Okay, für den Moment werde ich für zurückgehen. Ich bin auch schon wieder halb tot. Wir kehren nach Hause. Wir haben ja immerhin den Eintrag für die Fledermaus gekriegt, und ne Fledermaus und zwei Spinnen. Also was ja trotzdem. Lukrativ? Ja. Ich hab gekackt, nochmal in die Höhle. Das Fledermaus. Ja, nimm das. Da muss der Weg drauf sein, oder? Hier. Ah, genau. Hier ist links. Ich würde niemals in eine Höhle alleine gehen, ganz ehrlich. Ich würde mich nur verlaufen. Oh, ich würde gerade einfach gerade auch springen. Das ist's. Oh, ich würde dir sagen. Oh, ich würde mich nur fragen. Nein! Oh, ich würde mich jetzt hier schlafen. Ich hab ihn doch gerufen nach oben. Wir kamen wahrscheinlich nicht aus der Laber raus. Ja, das war dann doof. Oh nein, was da alles drin ist. Ja, dann war der Abgang noch mal raus aus der Höhle, noch mal mordsgefährlich. Ich muss grad stehen bleiben, sonst... Ja, ist gut. Ich guck mich um. Oh, das Lieblingsgewehr ist da drin gewesen und das ist da drin gewesen. Ach, ist alles wieder zu holen, wenn da nicht sowieso noch was davon haben. Ja. Wir müssen hier oben lang. Vorsicht, ich hab schon Respawn gesehen gehabt, glaub ich. Also in die andere Richtung. Deswegen immer schön hier vorsichtig jetzt. Also vorsichtig kann ich trotzdem nicht sein. Ich muss irgendwie auch wieder zeitnah aus der Hitze raus. Vorhin hast du die Feldflaschen kaputt gemacht, ne? Gerade zwei neue Feldflaschen gekriegt und jetzt schmeißt du die einfach weg. Die fehlen jetzt auf. Finde ich nicht okay. Finde ich auch nicht in Ordnung. Was? Du verursachst nur Kosten. Haha. Haha. Okay, ich tu ja auch und andauernd sterben und so. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass ich da reinfalle und ich tu. Kannst du dich zu uns porten? Versuch grad zu sterben, damit ich den Vogelwix noch zurückbringe. Weil ich da hinten grad falsch gespawnt. Du kannst auch ein Bett benutzen. Du musst ja irgendwo an die Welt gespawnt sein, oder? War jetzt sowieso unter Wasser. Okay. Ja, die Fledermaus rastet irgendwie aus. Nö. Die brüllt nur. So eine Scheiße. Jetzt muss ich mir einen neuen Dimanche noch holen. Das ist noch ein halbes Dutzend auf dem Dach bei uns. Ja, aber die sind Lohenlevel. Dann level sie. Ich hab ein Level höher als die, die du frisch denkst. Wer nimmt die Fledermaus? Ich hab ne Spinne. Nimm die Fledermaus. Wo kommt die denn mit? Ich hab sie. Ja, also die Spinne hast du auch. Nee. Das ist Raven, das ist... Kannst du die Spinne mal abpfeifen? Ja. Gut, ihr müsst mir nur sagen, in welche Richtung... ... grad... ... einfach am Strand lang. Okay. Ja, es war alles sehr erfolgreich, ne? Oh je. Hauptsache jeder ist einmal draufgegangen. Ich kann leider nicht so schnell mit der Fledermaus. Ich kann leider nicht so schnell mit der Fledermaus. landen müssen. Gerade mit dem Fledermaus ist das nicht so günstig. Ich kann sowieso nicht schnell fliegen. Also ich muss nicht wahrscheinlich zwischenlanden. Ich muss sogar im Zimmer stehen bleiben. Die ist immer so weit weg. Aber dafür ist der Agentar jetzt hier gleich schon wieder ein Level-Up. Ich bin ja sowas von neidisch. Okay, dann halte ich einfach auf den roten Turm zu. Okay, dann halte ich einfach auf den roten Turm zu. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall, ähm, einerseits doof gelaufen am Ende hin. Aber gut gelaufen, aber recht mittig. Am Anfang ja auch nicht so gut. Ähm, als wir die beiden Spinnen und die Fledermaus geholt haben. Das fand ich gut. Und wir müssen auf jeden Fall, wenn wir in Höhlen gehen, uns, ja, besser ausrüsten. Auch mit Heilung und sowas alles. Dann sollten wir uns auch endlich mal die dicken Rüstungen besorgen. Davon rede ich ja immer die ganze Zeit, aber ihr sagt nö. Habe ich noch nie gehört. Ich würde auch immer die Eisenrüstung haben zum Testen. Ja. Ich glaube, das habe ich sogar in Let's Plays drin. Das werde ich dir vorhalten, ich werde das raussuchen. Obwohl, nein, ich bin eigentlich zu faul dafür. Oh, die Fledermaus ist ein bisschen sehr weit weg. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Na ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Und viel auf die, äh, Hucke gekriegt. Ein Vogel ist tot. Ja, da Peco. Indem ich die Namen hier nicht. In Frieden ruhen. Ui, wir sind doch noch ein bisschen weiter, oder? Ist es da vorne der Turm schon? Oder erst? Ja. Oh, ist doch noch ein weiter Weg. Na gut, dann sage ich jetzt hier schon mal, ähm... Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr zugesehen habt. Euch das angetan habt. Wie immer. Schaut doch mal auf meinem Kanal selber vorbei. Ich habe da noch viele andere Spiele. Über ein Like und ein Abo würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ich mag es immer, wenn die Zahl nach oben geht statt nach unten. Und dann... Vielleicht sollte ich schon mal auf die Fledermaus warten. Ja, mache ich gerade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.